Hallo ihr Lieben, hattet ihr eine glückliche Woche? Ich hoffe es sehr für euch. Heute nun die Botschaft der Woche vom Erzengel Kamuel. Erzengel Kamuel sagt, keine Hürde ist zu groß. Gebe nicht auf, wenn du vor unlösbaren Hindernissen stehst. Kehre nicht um. Es gibt nichts, was man nicht lösen kann. Du musst es nur wollen. Vertraue deinen Fähigkeiten. Dann wirst du die größten Hürden überwinden. Dieses rät euch der Kamuel, einer der großen, mächtigen Erzengel. So habt eine gute Woche ohne Hindernisse. Dieses wünscht euch eure Derea.